Herzlich willkommen zu einer neuen astrologischen Analyse und heute schauen wir uns mal René Benko an. René Benko als Persönlichkeit aus astrologischer Sicht und was du vielleicht aus diesen Konstellationen auch lernen kannst. Natürlich haben wir jetzt durch diese ganze mediale Berichterstattung rund um Signa, rund um diese Pleitewelle René Benko sehr präsent immer in den Medien und ich wollte mir das einfach mal anschauen, wie kann man sich einen solchen Erfolg eigentlich astrologisch erklären? Also das werden wir uns anschauen anhand dieses Horoskops und natürlich auch, was könnte denn jetzt zu diesem Fall, zu diesem Kollaps des Systems geführt haben? Wir bleiben da, wie gesagt, persönlich bei René Benkos Horoskop. Die Geburtszeit selber und Geburtsort habe ich aus Wikipedia entnommen. Also Geburtszeit habe ich nicht das Geburtsdatum und den Geburtsort aus Wikipedia entnommen. Und deshalb, wie gesagt, die Häuser werden nicht so stimmen, weil einfach die Geburtszeit nicht exakt ist. Aber schauen wir einfach mal rein, wie denn so dieses Horoskop aussieht. Zuerst einmal kann man schon mal sagen, okay, auffallend ist schon mal die Stellung der Sonne von René Benko und die steht im letzten Grad des Stiers eigentlich und die wandert dann schon so zum Zwilling hin. Und wenn man sich das Stierprinzip vorstellt, also das Stierprinzip mit Besitz aufbauen, etwas Materie erschaffen, dann kann man sich ja schon mal vorstellen, okay, das passt ja eigentlich ganz gut zu einem Immobilieninvestor. Und mit dieser Nähe, dieser Gradnähe, die schon fast Zwilling ist quasi, diese Sonne ist zwischen Stier und Zwilling. Und bei Zwilling geht es um Kommunikation, da geht es um Verstand, da geht es um Verhandeln, da geht es um eine gewisse Eloquenz natürlich auch, um eine gewisse Selbstdarstellung auch. Da kann man schon so eine Mischung, so eine qualitative Mischung rauslesen. Also wenn man sich vorstellt, okay, was der Herr Benko dann eben beruflich gemacht hat, also passt das von der Sonne, von dem, wie er wirkt, wie er auftritt, natürlich sehr, sehr gut. Das, was auffällig ist, vom Geburtsbild her auch noch, ist eine Mars-Venus-Konjunktion im Wider. Und Mars-Venus-Konjunktion, das sind zwei so persönliche Energien, das männliche, das weibliche ist da zusammen und da hat man schon eine gewisse Wirkkraft, eine gewisse Ausstrahlung, einen gewissen, fast Charme möchte ich da sagen. Und das dazu, da kommt noch so ein Trigon zu Neptun, also Mars-Venus-Neptun-Trigon, der Neptun ist ein Schütze. Und Schütze ist ja so das Prinzip des Optimierens, des Ausbaus, der Vision auch ein bisschen. Eine Vision, so ein bisschen so dieses Weiter-Schneller-Höher, also das Schütze-Prinzip. Und da ist so der Neptun drinnen, das heißt, der ist so ein bisschen so, ja, vielleicht ein bisschen groß träumen. Man kann da groß träumen und mit der Wider-Energie aber auch durch den eben Mars im Wider und Venus hat man da eine gewisse, einen gewissen Charme, eine gewisse Beharrlichkeit auch, da Träume umzusetzen, die aber oft einmal so, vielleicht nicht so hundertprozentig, ehrlich sind, sage ich jetzt einmal, oder halt schon sehr utopisch oft einmal mit diesem Neptun dazu. Aber der Neptun im Trigon macht ihn noch einmal charmanter. Das heißt, ich denke schon, dass da jemand durchaus die Möglichkeiten hat, auch auf andere positiv einwirken zu können. Und das wird noch einmal verstärkt, wenn wir uns anschauen, wir haben eine Pluto-Venus-Opposition in diesem Horoskop. Der Pluto steht im Waagezeichen. Und Waage ist ja so das Symbol quasi auch der Begegnung. Da trifft man ja andere Menschen. Da begegnen einem andere Gedanken. Und mit dem Pluto in diesem Haus, dann kann man wirklich sagen, okay, man trifft sich mit anderen Leuten, mit einer gewissen Agenda, aber auch mit dem Charme, um diese Agenda richtig rüberzubringen. Und ich finde, das passt eigentlich sehr gut jetzt von dem, was man sich aus Medienberichten bitte zumindest einmal, was man so hört über den Herrn Benko. Also wir haben wirklich so dieses Mars-Venus-Konjunktion und dies ihm wieder und in der Opposition eben steht der Pluto in der Waage. Und das wäre eben so dieses charmante, kontaktfreudige, auch ein bisschen Zeichen, die Waage, das Begegnungszeichen. Und da ist die volle Power quasi dann von Venus und Pluto. Das ist so ein bisschen die Verführung auch, die leidenschaftliche Verführung. Also da kann jemand wahrscheinlich Leidenschaften wecken. Also so würde ich das fast sagen. Also das hat fast schon so eine magische Anziehungskraft, Ausstrahlungskraft. Und mit dem Trigon zu Jupiter, das auch noch bei Pluto drauf ist. Und der Jupiter ist da im Zwilling, steht der. Und da geht es ja noch einmal um diese Kommunikation. Das heißt, da kommt jemand sympathisch rüber. Und mit diesem Trigon, also Neptun, ach blödsinn Quatsch, Pluto und Jupiter, pardon. Das bedeutet ja auch, das ist so eine Guru-Konstellation. Also da ist man dann auch fast auf eine, unter Anführungszeichen, in religiöse Art und Weise faszinierend. Also da hat er schon sehr, sehr gute Sterne stehen, muss man sagen, um eben andere zu überzeugen. Und offensichtlich ist ihm das ja auch geglückt und gelungen. Wenn man jetzt noch sagt, okay, man hat einen Regulator, man hat den Saturn stehen, ja, in Rene Benkos Horoskop. Der Saturn steht im Löwe-Zeichen. Und Löwe ist also die Selbstdarstellung. Das heißt, man tritt dann bestimmend auf. Man tritt auf jeden Fall bestimmend auf. Man will eine gewisse Autorität, man strahlt eine gewisse Autorität aus mit Saturn in Löwe. Und dazu kommt dann noch ein Quadrat zu Uranus. Und Uranus steht im Skorpion. Und das heißt einfach, da sind wirklich innovative Ideen da. Also da hat jemand gute Ideen, die allerdings in der Spannung zu dieser Autorität auch stehen. Also da hat man wirklich so diesen Bremmpunkt Uranus-Saturn. Das ist eigentlich immer so dieses Grenzen müssen immer wieder überschritten werden. Und das ist meiner Meinung nach eine kritische Konstellation, weil man dann in einem Rad gefangen sein kann, wo man immer mehr will. Weil immer wieder die Grenze, die natürliche Grenze über Saturn und Uranus, also Uranus die Sprengung, ja, das neue Grenzen, neu ausloten, nicht genug kriegen. Und das eben mit Uranus in Skorpion, wo es eigentlich wirklich dann, ja, wo es einfach sehr stark um diese Fixierung geht. Und immer, da muss was mehr werden, da muss was neuer werden. Ja, das wären eigentlich mal so diese Geburtshoroskop-Geschichten, die wir drinnen haben. Wir haben noch ein Quadrat Saturn zu Merkur. Und das ist natürlich dann auch noch einmal, also das ist, kann man auch da, der Merkur im Stier, also das ist ja auch der Handel mit den, mit der Materie, ja, der Handel mit den, ja, auch mit Immobilien, wenn man so möchte. Und da eben auch so eine gewisse, dass man da eine gewisse Autorität hat, eine gewisse Autorität erreicht und auch einen gewissen Ehrgeiz, eine Strebsamkeit hat. Also das ist da ganz gut angelegt. Und ich finde, das sieht man in diesem Horoskop auch recht schön. Was wir uns jetzt als nächstes anschauen wollen, ist natürlich die aktuelle Zeitqualität. Ich habe einfach mal die Transite genommen. Und an den Transiten kann man ja sehen, wie sind denn aktuelle Aufgaben gestellt. Also was ist denn jetzt von diesem Prinzip, in die ich umrissen habe, gerade aktuell am Sternenhimmel zu sehen? Was kann denn da jetzt auf René Benkow einwirken? Ja, also was für Aufgaben stecken vielleicht auch dahinter? Und das kann man natürlich nicht nur bei René Benkow machen, das kann man auch bei deinem Horoskop machen. Zum Beispiel, wie wird dein Jahr 2024? Da kannst du bei mir jetzt zum Aktionspreis deine Prognose deiner Jahresthemen natürlich bestellen. Und das ist ja eine Transitanalyse im Prinzip. Das heißt, welche Themen tauchen da bei dir, in welchen Konstellationen in deinem Horoskop aus und wie wird dein Jahr? Und genau das habe ich mir da jetzt angeschaut. Und wenn wir schon mal schauen, also schauen wir mal auf die großen Player, auf die Schicksalsplaneten. Wir hatten Pluto ja schon erwähnt. Wir hatten ja dieses Charmante schon erwähnt, dieses Charmante nach außen, vielleicht auch mit einer Agenda nach außen gehen. Dieser Pluto steht jetzt in einem Trigon zur Sonne von René Benkow. Das heißt, der Transit-Pluto steht in einem Trigon zur Sonne. Und dieser Pluto ist ja gerade im Steinbock. Und Pluto im Steinbock, wir haben das ja schon gehabt während der Covid-Zeit, diese festen Meinungen, diese Macht, dieses, ich möchte an der Macht bleiben, ich möchte Macht ausüben. Und das eben mit dem Thema, diese Macht von anderen, das kann eben jetzt sein, dass sich das jetzt umdreht. Also, dass dieses Charmante, dieses Überzeugende, dieses Charismatische, dieses magisch, ja, magisch Charmante, dass ihm das eigentlich jetzt auf den Kopf fällt und eben über diesen, dieses Pluto-Trigon auf eine, ja, doch eine glimpflichere Art und Weise, aber trotzdem sagt, okay, da fallen dir jetzt vielleicht die Menschen weg, wo ein bisschen, wo du ein bisschen Puppenspieler gespielt hast oder die du ein bisschen eingewickelt hast. Das muss natürlich nicht negativ sein, sondern das können auch eben so mit der Vision was Überzeugendes gewesen sein. Aber das kann sein, dass sich das eben jetzt natürlich gegen ihn wendet. Aber am Ende des Tages sollte das eine positive Entwicklung sein. Das Zweite, was natürlich auch schwer wiegt, ist dieser, ist ein Saturn-Quadrat auf die Sonne. Das heißt, Saturn-Sonne ist immer so ein Burnout, ist eine anstrengende Zeit. Also da hat man eine ganz, ganz anstrengende Zeit. Und der steht jetzt, dieser Saturn steht ja im Fische-Zeichen. Da ist er zwar ein bisschen gemildert, aber durch das, dass ja der Saturn in der Lebensenergie quasi im Löwe-Zeichen bei René Benko steht und diese Autorität, man möchte Autorität darstellen, aber man möchte Autorität aufzeigen. Und dann kann das natürlich in dieser Phase so weit sein, dass man sagt, okay, Autorität löst sich da auf beziehungsweise es drückt eben auch auf diesen Selbstausdruck. Also man wird da eingeschränkt, die Lebensenergie wird eingeschränkt, die Kraft wird eingeschränkt und das ist natürlich schon eine durchaus schwierige Konstellation. Also auch wenn man eben Saturn und Blut auf der Sonne hat, also so sexy, ist das wahrscheinlich auch privat nicht und persönlich nicht. Und diese Saturn macht dann auch noch ein Halbquadrat zu Venus und Mars und das ist ja, wo ich gesagt habe, das ist ja eben dieses Charmante, diese Wirkungskraft. Und da ist jetzt auch Saturn drauf mit diesem Halbquadrat, wo man wirklich sagt, okay, das ist Frustration. Also da ist etwas gesperrter, ist etwas blockierter, läuft etwas gar nicht mehr, was bis jetzt so gelaufen ist. Und da wäre wahrscheinlich auch die Aufgabe, wenn man sich das so anschaut, dann wäre wahrscheinlich wirklich so diese Aufgabe auch, da mal zu prüfen auch, nämlich wirklich die Selbstbestimmung zu prüfen und auch zu prüfen, ist das, was ich möchte, ist das, was ich eigentlich aus mir herausholen möchte oder was ich erreichen möchte, ist das eigentlich das Beste auch für andere. Also auch ein bisschen so mit Saturn natürlich schon auch an andere mitdenken und da auch das hinterfragen. Also das, denke ich, ist das sicher eine Aufgabe auch. Und mal schauen, was da ihm noch zukommt dann auf den Herrn Benko. Ja, wir haben, wie gesagt, da einige Konstellationen, das sind so die wesentlichen. Was noch auffällt, ist natürlich, dass der Jupiter auf dem Merkur drauf ist. Also der Jupiter, der ja bei René Benko im Zwilling steht, also wo man noch einmal optimistisch reden kann, also das optimistische Reden, alles der steht jetzt wirklich auf seinem Merkur auch. Also er ist sicher am Verhandeln, am Handeln gerade. Hat da auch, denke ich, auch ganz gute Möglichkeiten. Aber man, also schon auch Glück im Handel, könnte man das ganz, ganz, also Glück im Handeln, also dass er gute Entscheidungen jetzt vielleicht trifft. Könnte allerdings auch sein, einnehmen, dass das die Übertreibung ist. Also dass man eben da zu einer Übertreibung neigt, dass man da zu Handlungen neigt, die dann vielleicht nicht ganz so gut ankommen oder der Sache nicht ganz so dienlich sind, wie es, wie man vielleicht glaubt. Also das sind so diese, diese aktuellen Tendenzen. Und man muss halt immer schauen, bei den Transiten, diese, diesen persönlichen Aspekt, also wo steht ein gewisser Planet im Geburtshoroskop und was sagt dann der Transit darüber aus? Welche Themen kommen denn da hoch? Und das ist definitiv so ein Prüfungshoroskop, würde ich mal sagen. Also man wird jetzt einmal runtergefahren und eingeschränkt und eben mit Pluto und Saturn auf der Sonne. Das ist schon eine ziemliche Bremse in deiner Lebenskraft und in deinem Tun, in deinem Ausdruck drinnen. Und das ist eigentlich schon ein sehr, sehr harter Transit, muss man sagen. Auch wenn der Pluto Trigon jetzt natürlich noch steht. Aber zusammen eben genommen, muss man wirklich sagen, auch mit dem Uranus steht er eigentlich im Stier. Das heißt, er wirbelt ja jetzt auch die Stiere auch irgendwo mit durch. Jetzt hat zwar der René Benco da keine, kein direktes, also keine, keine direkte Konstellation mit dem Uranus, zumindest im Transit nicht. Aber da muss man schon sagen, das wirbelt dann halt schon ganz schön was auf und ganz schön was durch. Und das könnte eben auch bedeuten, eben mit Uranus im Stier, dass man sagt, okay, gerade wo Materie jetzt gewandelt wird, ist jeder, der sehr auf Materie baut, natürlich immer in einem Riesenwandel. Das sind so die Zeichen der Zeit. Also das wären jetzt mal so Themen im Horoskop von René Benco. Wie gesagt, es geht jetzt nur darum, dass man sich einmal anschaut, okay, wie wirken denn diese Transite, wie wirken denn die Planeten wirklich? Und es geht jetzt auch nicht darum zu sagen, diese Person ist gut oder schlecht, denn an sich ist Astrologie wertefrei und neutral. Die Herleitungen habe ich schon gesagt, kann ich nur von den Nachrichten, also was man von den Berichten so mitkriegt, das kann ich natürlich sagen, ich kenne den Herrn Benco nicht persönlich und habe eben das wirklich nur so recherchiert, was eben Kurier, Krone, Nachrichten und was man eben so hört, auch im ORF und in den Sendungen. Ja, was sagst du dazu? Was interessiert dich astrologisch? Wenn du selber etwas über deine Transite erfahren willst, 2.24 bestellt gerne deine persönliche Jahresvorschau bei mir und wir nähern uns jetzt dem Jahresende und was da cool ist, jetzt kommen natürlich die ganzen Vorschauen, wie wird die Zukunft Österreichs, wie schaut es aus mit 2.24, was tut sich da allgemein? Da wird es dann wieder breiter und dann schauen wir natürlich wieder mundan rein und ich freue mich schon, ich bereite das jetzt schon alles vor und das wird jetzt so die nächsten Wochen und hier am Kanal alles veröffentlicht werden, also meine Jahresprognosen, meine Vorschauen, was sich so tun wird, meines Erachtens nach. Und wenn du direkt gleich schauen willst, bei mir am 29. Dezember habe ich in Linz bei mir ein kleines Zusammentreffen, ich nenne das Vision 24, da wird es dann auch noch einen Online-Workshop geben, nächstes Jahr habe ich Vision 24, da ist es einfach, da schauen wir dann persönlich ins Horoskop, schauen in die Tarotkarten, Aura-Fotos kannst du machen und das wird eine ganz tolle, denke ich, nette Jahresabschluss, Zusammenkunft, ein bisschen dein Bewusstsein da zu stärken, ich werde Vorträge halten auch und ja, vielleicht schaust du dann mal bei mir vorbei, auf meiner Homepage www.erani.com findest du da mehrere Informationen, wie das ablaufen wird. Ich wünsche dir eine gute Zeit, hab einen schönen zweiten Advent jetzt dann schon und ja, bis bald, aus dem wunderschönen Linz, dein Oliver Ereini, Tschüss. Untertitelung des ZDF, Untertitelung des ZDF,